wir haben also jetzt tun ach so das sollte ich vielleicht alles mal in diesen diesen dinge herantun er hast du erding wieder alles pizza und eine kartoffel kannst du sie mir geben möchtest du die kartoffel haben da kannst du sie reiben und kannst kannst einen wie heißt das reiber darts machen also halt einen kartoffel puffer jetzt gehe ich mal hier hier gibt es ja so viele ressourcen ich glaube die haben das ein bisschen erhöht ich glaube die haben das ein bisschen erhöht ich kann mich noch erinnern als ich mir mal die youtube let's place angeschaut hat oder rausgekommen ist und da hat mal einer das gespielt vor vielen jahren und der hat erzählt die haben aller zeitlang die ganzen ressourcen alle total knapp gemacht das muss noch die betag gewesen sein oder was waren wir auf der insel schon davon davon ist eine insel aber da gibt es ja nicht mal ein baum das ist so komisch auf der insel da die hier geradeaus von uns da waren wir also ich da warst du ich bin erst später gekommen du kannst dir dann kurz auf die insel ich war schon mal weiter an die nächste ja aber ich habe keinen platz mehr ich muss das alles abgeben drei stein hast du drei stein guck mal die truhe ja eben naja wir haben da elf jänner 20 und wer hat gesammelt naja der name wird wieder verschwiegen da ist aber noch ein baum dann hat er übersehen ein schöner baum hast du nicht nicht geaxtet kann ich denn der axt herstellen der stein axt eigentlich wollte ich ja jetzt wirklich kein platz mehr ach du meine güte es ist alles voll jetzt muss ich zurück das ja doof also palmsamen lasse ich jetzt mal hier das ist ein geschmarrig das ist eine ganz gute stein axt in der truhe habe ich gerade reingelegt die ist komplett voll kann sich ganz wo ist denn wo ist denn hinfahren ist es das rafter von jetzt versuche ich mal dahin zu schwimmen versuch ohne dass mich der haar erwischt okay der hat mich erwischt der ist ganz glücklich auf dem weg zu hier ich sehe dich hier schön schwimmen machen hier gucke ich sehe ich sogar wie du hüpfst es ist unten kann ich das schnelle schwimmen unten eigentlich oben das kommt wieder da an der daher aber da mal unter was wir gerade fahren wir gerade wisse von davon ist nämlich die nächste in ein paar sekunden schon die nächste insel gefunden von daraus ich versuche mal diesen topf zu machen ja kann ich ja nicht weil wir brauchen etwas ich habe es hier voll stein oder was wir brauchen da bin ich aber jetzt ist ab ab geht ab jetzt geht's wieder so ich gedacht das spiel ist abgestürzt bist du noch da ja okay so jetzt gucken wir mal jetzt hat er hoffentlich hier zwei boxen ja ich habe so viel zeug ich muss also ich bin jetzt dann also sie alles wollen so jetzt guck mal ich wollte ich auch mal hier her tun was haben wir denn hier noch sei er genau wir brauchen für eine für einen topf brauchen wir ein metallbahn bolzen und kletterpflanzen ja kletterpflanzen das ist so seetang oder sowas das kriegen wir alles später okay da müssen wir noch ein bisschen warten jetzt was kaputt ich schlage ich muss mal gucken wir haben das damals gespielt vielleicht haben wir das verändert ich habe das gefühl wir haben irgendwas vergessen aber ich weiß nicht was steinachsteig külter holz und stein pfeil stein pfeile sind neu glaube ich hier die ausstattung fehlt ein bisschen nasser ziegel wir machen jetzt mal nasse ziegel ganz ganz wichtig weil ich muss man da so hinlegen dass das von dem nicht triggern so das muss jetzt hier so ein bisschen zu liegen und dann irgendwann waren die fest und wenn der fest ist dann doch mal einen mal in den tisch rein legen weil da können wir uns so schmelzöfen bauen genau und ich putze noch einen ziegel brauchst du irgendwas noch er ja ein ziel dann weil ich muss dann noch das verstärken oder solltest das später machen das war später wir können ja so viel bauen da hast du holz kannst du noch erweitern das plastik habe ich halt kein daher da habe ich noch was hergelegt da ist noch mal holz noch mal weil ich werde jetzt mal ankommen ich mache noch ein bisschen ich kann trotzdem nicht so weiter weil ich brauche kunststoff in den kiss ja ich habe leider nur vier ok hier hast du hier hast du hier hast du hier hast du ich geh noch mal hier da ist doch die nächste insel also oh mein gott das ist so bald ist so bald ist das ist so bald das sind glaube ich noch nicht hoch genug wir können immerhin da gibt es jetzt die vögel die uns dann zu scheißen dass die verursachen schaden und ja kommen gehen wir mal hin hast du einen anker ein anker ich versuche das ist jetzt zu bald nein ich brauche noch viel seide und vier steine hast du den tun ja das ist steiner hast du ja was brauchst du noch ich brauche nichts mehr okay dann mach mal noch einen anker dann fahren wir mal dahin wir warten muss erst mal noch hier weiter bauen damit der fall dass hier weg frisst und nicht unser kurz die seite haben wir die seite haben wir die seite haben wir denn kein wasserbehindert doch hier aber ich versuche ich habe kein plastik nach scheinen kleister so jetzt schön da rein er hast du kannst du noch eine kiste machen noch eine ja kann ich nicht was brauchst du sieben kunststoff ein schrott ein und zwei seite schrott hätte ich feile hätte ich aber kein kunststoff okay okay hier ist kunststoff guck mal ein ja kommt hier rein ein kunststoff packen ja immer erst mal außen genau warte mal wir müssen machst du dann den anker ja ja es muss ich hier warte erst mal hier rein ganz schön dann habe ich vielleicht gemacht als das spiel und da kommt er wieder zu hat hat mich angegriffen so habe ich nur noch ein beinchen nils der einwand ich habe vier kunststoff ja ich habe drei stück ist das eine schöne insel mein gott ist wenn du drei kunststoff hast dann gibt sie mal kann ich uns diese kiste machen oder mach es den anker mache es den anker okay dann brauche ich hier hast du hier und ich brauche dann vier seile und vier steine um ein anker noch zu machen also es sei leer hier hast du die palmbländer hier hier und steine müssten in der kiste sein weil die ja in der kiste genau mit 20 steine sammeln ich mal hier ein bisschen auch macht dann anker dass der nicht davon geht und dann hier kann man so viel ressourcen sammeln einfach noch drei seile ja ich gebe dir blätter nach genau um seine zu machen wir gehen mal gemeinsam auf die insel und schau mal die schmeißen die schmeißen jetzt immer diese steine das ist ein bisschen nervig aber ist okay hast du den gemacht hast du einen schönen anker gemacht ja ich bin dabei also wenn ich überlege was wir früher hier ist eine makrele kann man essen was die makrele ist auf dem auf den grill die kannst du mitnehmen weil wenn wir später mal wir müssen später mal unter wasser und so und dann ja ich muss man kommen lass uns mal zusammen gehen jetzt fängt er wieder das regen an hier das ist so widerlich ja also warte mal ein bisschen weil ich kann nicht trinken ich muss das ein plastik oh mein gott wie viele heute ist hier gibt da hinten guck mal da hinten habe ich hat jemand angegriffen macht aber nichts ich habe kein kunststoff ich kann wieder gar nichts machen ey wir können hier so viel fahren wenn auf dieser insel guck dir das alles mal an so jetzt kann ich kommen ich bin ganz schön mit dabei bei mir zu suchen hast du jetzt ein anker gemacht er kann ich nicht weil ich ach so ich brauche noch seile und du hast mir die blätter irgendwo kommt ja weil sonst geht es letzter jaja warte warte ich muss erstmal den ansonsten nimmst du mach einfach die bäume weg dann hast du genug blätter und kannst du dann ja ja ich habe ich habe ich habe so auf anker hier ich habe gar nicht also da jetzt muss ich er kann ich denn in irgendwelche hinschöpfe ich würde gerne hier und warte bleibt da unten nils bleibt da unten bleibt da unten ich schmeiße jetzt hier einfach runter siehst du die krippe oben ich bin hier oben auf der krippe kurz mal kurz oh mein gott ja ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich genau ich schmeiße jetzt einfach hier so dass wir den anker und jetzt hier wieder kann ich das hier ich habe sie runter geworfen was hast du nur geschmissen ja wof anker ich muss mal gucken wo der ist ich habe ihn ja einfach gleich neben baum der liegt der gleich neben dem baum neben dem baum da kann man die perspektive hier nicht ändern ja das ist zu bald das hat man jetzt nicht nicht schon in der folge finden sollen hast du ihn gefunden nein ich habe nicht gefunden als verschwunden er guckt es hier nils hatte ich stattdessen jetzt da guck ach da hinten der muss doch hier irgendwo seine stand ist doch hier es war spa 9 es gibt hier ressourcen in hülle und fülle passt ein bisschen auf die vögel auf der ist egal ist egal brauchen wir nicht finden also auch irgendwann findet sich der schon wieder jetzt bauen wir ja erst mal so viel wie möglich ab hatte ich stand hier graben kann man hier das ist ja toll ich sag's ja wir sind so bald auf der insel ist hätten jetzt nicht machen sollen weil hier gibt es auch tiere die kann man einfangen oder töten weiß ich nicht mehr ach du musst doch die tiere aufpassen die können dich anreifen ja ja warte kurz ich mache gleich den zweiten wurf anker